Es ist bisher ruhig geblieben in New York. Die Lage allerdings ist natürlich angespannt. Man sieht hier Sicherheitskräfte an jeder Straßeneck, besonders natürlich hier vor dem Gerichtsgebäude in Lower Manhattan, wo eben Donald Trump in Kürze vorfahren soll mit seiner Wagenkolonne für diese sogenannte Buchung, also eine vorübergehende Verhaftung zur Anklageverlesung dann im Gerichtssaal. Es ist eine kleinere Gruppe von Demonstranten bereits aufgetaucht, die demonstrieren hier in einem kleinen Park gegenüber des Gerichtsgebäudes. Es gab ein paar Schreiduelle zwischen Gegnern und Anhängern von Donald Trump. Vorher hat man gesehen, ein paar Polizisten die Straße runterlaufen. Also ganz kleinere Auseinandersetzungen bisher, aber großteils ist die Lage ruhig geblieben. Das NYPD hat auch verlautet, dass im Internet selbst jetzt keine derartigen bedrohlichen Gespräche wahrgenommen wurden, wie etwa in den Tagen vor dem 6. Jänner 2021 als Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben, als es wird hier nicht ein derartiges Toho-Wabohu erwartet. Aber natürlich, die Polizei ist wachsam. Wie gesagt, alle Polizisten des NYPD sind im Einsatzzustand und hinzu kommen viele Polizisten der Bundesbehörden. New York ist praktisch eine Verwestung und man hofft natürlich, die ganze Stadt hofft, dass dieser Tag gut vorübergehen wird. Wir haben gehört über unseren Partnersender CNN, dass keine Kameras zugelassen sein werden während der Anklageverlesung. Ist das normalerweise so üblich oder wird da eben heute auf auch dringende Anwälte von Trump eine Ausnahme gemacht? Es ist bei diesen Gerichten, die eben zum Bundesstaat New York gehören, teilweise üblich, dass mit Genehmigung des Richters gefilmt werden darf. Meistens jedoch nicht in diesem Fall ähnlich. Der Richter hat einen Antrag der Medienorganisationen abgelehnt, diese kurze Haftvorführung live übertragen zu können. Es ist vereinbart worden, dass ungefähr fünf Reporter drinnen sein dürfen, die fotografieren können. Es wird also Foto geben. Und natürlich vor dem Gerichtssaal gibt es einen Gang und auch hier soll die Presse zugelassen werden. Und es wird sogar auch spekuliert, ob Donald Trump möglicherweise sogar vor dem Termin oder nach dem Termin sich ganz kurz an die Presse wenden könnte. Das ist allerdings Spekulation und wir sehen, was dann wirklich passiert. Denkst du, der Termin wird pünktlich starten? Normalerweise würde man das bei einem Gerichtstermin erwarten. Es ist anzunehmen, dass Donald Trump tatsächlich wie vereinbart um 14.15 Uhr Ortszeit dann vor dem Richter stehen wird. Das ist ein relativ kurzes Prozedere, was hier abgewickelt wird. Es wird die Anklage präsentiert. Es wird gefragt, ob man sie vorlesen soll. Die meisten Angeklagten lehnen das ab. Dann wird gefragt, ob sich der Angeklagte, in diesem Fall eben der ehemalige Präsident Donald Trump, für schuldig oder nicht schuldig bekennt. Es wird erwartet, dass er für nicht schuldig sich bekennt. So jedenfalls seine Anwälte. Und dann ist eigentlich mehr oder weniger dieser Termin bereits vorbei. Der Richter wird dann festlegen, wann es zum nächsten Hearing kommt, wann Donald Trump hier wieder anreisen muss, zu einer neuen Gerichtsverhandlung in der Zukunft. Und dann wird sich Donald Trump relativ rasch auf den Rückweg machen nach Florida. Denn er hat zur Primetime um 20.15 Uhr Ortszeit eine große Rede angekündigt an die Nation. Letzte Frage. Was schätzt du, was wird er in dieser Rede sagen? Donald Trump versucht hier ein bisschen diesen Schwung mitzunehmen. Denn es ist ein wenig paradox, dieses ganze Anklagedrama hat ihm politisch zumindest kurzfristig sehr geholfen. Es hat seine Basis wieder motiviert. Es hat die Republikanerpartei dazu gezwungen, hinter Donald Trump zu stehen aufgrund der Wähler. Und es hat auch sehr viel Geld gebracht. Mehr als sieben Millionen Dollar wurden bereits an Spenden gesammelt, seit dieses Anklagedrama losgebrochen ist. Donald Trump wird hier versuchen, offensichtlich Schwung in seinen Vorwahlkampf zu bringen. Man hat hier in den letzten Minuten dann schon gesehen, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch weiter verstärkt wurden. Es wurden hier Barrikaden aufgestellt. Man sieht auch hier noch mehr Polizei. Es deutet darauf hin, dass es in Kürze losgehen könnte mit diesem wirklich spektakulärsten Gerichtstermin der letzten Jahrzehnte, wenn nicht aller Zeiten. Hier vor dem Gerichtsgebäude sind wahrscheinlich fast 1000 Journalisten angereist, um eben hier zu berichten. Es gibt auch eine kleine Demonstration, die gegenüber des Gerichtsgebäudes in einem Park abgehalten wird. Hauptsächlich Trump-Anhänger, die hier mit Riesenfahnen Lärm machen und ihre Ansichten kundtun. Es gibt auch eine kleine Gegendemonstration. Aber insgesamt läuft alles derzeit friedlich ab. Es ist angespannt, aber ruhig vor dem Gerichtsgebäude. Vielleicht eine Frage zur politischen Situation. Viele Beobachter sagen, das hat Trump jetzt sogar gestärkt in seiner Position. Denn auch seine Konkurrenten aus der Republikanischen Partei stellen sich jetzt hinter ihn. Kurzfristig hilft es Donald Trump politisch offensichtlich. Er hat seine Anhänger motiviert, mobilisiert, sie praktisch hinter sich gescharrt. Diese sogenannte Trump-Armee an wirklich treuen Fans, die eigentlich immer zu ihm stehen, egal was er tut. Aber bedeutender ist die Tatsache, dass, wie gesagt, auch die republikanische Partei sich hinter ihm geeinigt hat. Es gibt kaum einen Republikaner, der es wagt, hier die Justiz in New York nicht zu kritisieren. Die Partei steht hinter ihm. Und das Ganze bringt natürlich einen Haufen Geld, denn insgesamt sollen bisher 8 Millionen Dollar an Spendengeldern eingetroffen sein in Donald Trumps Wahlkampfkasse. Alles gespendet natürlich von besorgten Anhängern. Und Donald Trump selbst versucht, dieses Drama auszuschlachten, so gut es nur geht. Also vorübergehend, was natürlich interessant ist, was sind die anderen 34 Anklagepunkte? Glaubst du oder was hört man da in amerikanischen Medien? Könnten da tatsächlich irgendwelche Bomben sich darunter befinden, die ihn wirklich in Bedrängnis bringen könnten? Denn die Sache mit Stormy Daniels wird ja eher als Bagatelldelikt angesehen. Es wird spannend werden, wenn die Anklageschrift letztendlich veröffentlicht wird. Was im Vorfeld bekannt wurde, ist, dass es angeblich jetzt sogar 34 Verbrechenspunkte sind, die Donald Trump zur Last gelegt werden. Natürlich alles basierend auf der Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar an Stormy Daniels, die Donald Trump dann in seinen eigenen Firmenbüchern als Rechtsanwaltkosten ausgegeben hat. Das wäre eine Fälschung von Geschäftsunterlagen gewesen. Allerdings muss man dazu sagen, diese Unterlagen waren interner Natur, wurden nicht verwendet, um Steuern zu sparen oder hier Versicherungsgesellschaften hinters Licht zu führen. So gesehen ist es eine an und für sich ein Vergehen hier im Bundesstaat New York. Was Staatsanwalt Alvin Bragg gemacht hat, ist dieses Vergehen mit anderen möglichen Verbrechen zu verknüpfen, indem er argumentiert, dass aufgrund dieser Schweigegeldzahlungen andere Vergehen vertuscht werden hätten sollen. Und damit meint er eine mögliche versteckte Spende für den Wahlkampf in der Höhe von 130.000 Dollar, die eben die Grenze der Spenden übertroffen hätte. Das Ganze ist schon ein etwas juristischer Spagat, den New Yorks Staatsanwalt Alvin Bragg hier hinlegt. Und dafür wird er auch kritisiert, besonders von Donald Trump und seinen Anhängern. Man darf also gespannt sein, was in dieser Anklageschrift drinnen steht. Jetzt darf ja keine Presse das Ganze live mitverfolgen. Wann rechnest du dann mit einer Veröffentlichung der gesamten Anklageschrift, auch für die Medien? Das sollte in den nächsten Stunden passieren. Vorgesehen ist, dass zumindest, wenn Donald Trump dann vor dem Untersuchungsrichter steht oder dem Richter steht, dass diese Anklageschrift öffentlich gemacht werden wird. Es ist auch eine Pressekonferenz von Alvin Bragg, dem Staatsanwalt, angesetzt für die Zeit nach diesem Hearing. Auch das wird natürlich spannend werden, denn Alvin Bragg wird hier vor der Weltpresse genau erklären müssen, welche Vergehen und welche Verbrechen er dem ehemaligen Präsidenten zur Last legt. Wie wird das in den Medien in den USA gesehen? Oder gibt es da überhaupt unabhängige Medien, die unabhängig davon berichten? Wie schätzen die diese Vergehen von Donald Trump ein? Es ist die größten Medien des Landes berichten eigentlich relativ sachlich darüber, eigentlich für den Geschmack vieler Zuseher vielleicht zu viel in den letzten Tagen. Denn dieses Szenario, was sich heute genau abspielen wird im Gerichtsgebäude, wurde jetzt praktisch fünf Tage lang jeden Tag genau gleich berichtet eigentlich. Natürlich gibt es konservativere Medien, die mehr die Theorie ausschlachten, dass Donald Trump hier ein Opfer einer wild gewordenen, progressiven Politjustiz geworden wäre. Besonders natürlich rund um den Newskanal Fox News, der hier die andere Seite mehr oder weniger vertritt. Und es ist laut Umfragen so, dass eine Mehrheit der Amerikaner die Anklage begrüßt oder für gerechtfertigt hält. Und darunter auch sehr viele Wechselwähler, Independent-Wähler, die natürlich bei Präsidentschaftswahlen besonders wichtig sind. Und das könnte Probleme geben für Donald Trump. Sollte er die Vorwahlen bei den Republikanern gewinnen, zum Kandidaten werden für seine Partei, dann im Duell möglicherweise gegen den antrierenden Präsidenten Joe Biden antreten. Und dort könnten viele dieser Wechselwähler, besonders Frauen in den Vororten, abgeschreckt werden durch diese Anschuldigungen. Und natürlich zu dieser Zeit wird man auch wissen, wie sich dieser Prozess dann hier in New York entfaltet. Und vielleicht noch eine Frage der Republikaner. Jim Jordan sagt, das Ganze wäre nie passiert, wenn Trump nicht wieder kandidieren würde. Wie wird das gesehen, diese Aussage? Ja, man kann argumentieren, besonders wenn man angesiedelt ist im konservativen Kreis hier in Amerika, in der konservativen Hälfte, dass es sich doch hier um eine sehr politisch motivierte Anklage handelt. Man darf nicht vergessen, Staatsanwälte in den USA werden gewählt, werden auch gemessen an ihrer Bilanz. Und natürlich ein sehr liberaler, progressiver Staatsanwalt wie Alvin Bragg hier in einem liberalen Teil der Amerika, also wie Manhattan, legt natürlich darauf Wert, dass er hier einen großen Fall gegen den Präsidenten auf den Weg gebracht hat. Das kann ihm persönlich politisch helfen. Die andere Seite sagt natürlich, das wäre einfach eine Politjustiz, um Donald Trump zu schaden und möglicherweise seine Ambitionen wieder ins Weiße Haus zurückzukehren, zum Entgleisen zu bringen.